Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Worship Piano Masterclass. Heute Matt Redman, Heart of Worship. Heart of Worship oder Herz der Anbetung, wie es in Deutsch übersetzt wird, findet ihr in Uralt, Feiert Jesus 2, Nummer 22, 1997. 1997, ein schon etwas älterer Titel, aber für mich vom Inhalt her nach wie vor eine ganz, ganz tolle Aussage. Worum geht es in diesem Song? When the music fades, die Musik verhallt, alles wird ruhig und ich bin einfach nur da. Ich muss nichts machen, ich muss nichts beweisen oder was. Ich bin einfach nur da und im Refrain geht es dann einfach nur Heart of Worship, also das Herz der Anbetung. Es geht nur um dich, it's all about you und darum geht es in diesem Song. Wir haben also ganz, ganz, ganz reduzierte Sachen, weil, wie gesagt, ich muss von mir aus selber gar nichts tun, ich kann einfach nur sein. Und das ist eine schöne Herausforderung bei diesem Song, wirklich ganz wenig zu tun und trotzdem einen Sound zu kreieren, wo jeder sagt, wow, da ist alles da. Ja, schauen wir uns mal konkret diesen Song an. Song ist in D-Dur geschrieben, wir haben einen Viervierteltakt. Wir haben 70 Beats per Minute, also relativ langsam, nicht ganz so langsam wie die Stücke davor, aber sehr, sehr ruhig. Der Aufbau ist immer der gleiche, wir haben Vers 1, Prechorus, Chorus, Vers 2, Prechorus, Chorus. Was noch auffällt ist, dass der Chorus zwei Takte länger ist, also 8 plus 2, einfach, dass wir wieder runterkommen, dass wir wieder zur Ruhe kommen. Schauen wir uns mal die Melodie an. Interessant ist, dass dieses Stück erstmal mit einer Pause anfängt. Auch der Prechorus beginnt mit einer Pause und auch der Chorus beginnt mit einer Pause. Ist sehr interessant, wenn es darum geht, uns selber zurückzunehmen. Das heißt, das Erste, was wir in allen drei Parts haben, ist eine Pause. Dann haben wir auch teilweise relativ lange Töne, wo nichts passiert. Also, einen ganzen Takt lang passiert gar nichts und danach die Pause. Ist auch wieder ein bisschen charakteristisch für diesen Song, wo so wenig passiert. Erst im Chorus, da sind wir relativ dicht. Wenige Sechzehntel, zum Beispiel hier. Auch die ganze Range von der Melodie ist sehr, sehr, sehr eng. Wir haben von D bis zum A, kurz mal bis zum H, eine sehr, sehr, sehr enge Range, in der sich alles abspielt. Ihr seht, der ganze Charakter von dem Stück, vom Aufbau, von der Melodie, von der Rhythmik, mit den Pausen, ist identisch mit dem Inhalt. Nämlich, es geht nicht darum, dass ich irgendwas mache, sondern es geht darum, dass ich zurückkomme zum Herz, zum Heart of Worship, denn es geht nur um Jesus. Er ist alles. Jetzt komme ich zum Voicing von diesem Stück. Dieser Song, ich habe schon gesagt, braucht sehr viel Wärme, braucht sehr viel Geborgenheit, Zuversicht. Ich brauche also klare Linien und trotzdem eine kräftige Note in dem Ganzen, um es mal so auszudrücken. Was ich in diesem Falle sehr gerne benutze, ist mit der linken Hand die Quinte dazu und gerne nochmal eine Quinte. Da komme ich zur None, also Quinte 1 und von dem A nochmal eine Quinte, bin ich bei der None. Um das jetzt auch harmonisch zu ergänzen, kommt noch die Dezime dazu, die Terz. Und ich kann die None auch liegen lassen. Und ihr spürt einen kräftigen Akkord, der aber sehr luftig ist, weil durch die Quinten haben wir unglaublich viel Platz. Und ich kann auch diese Akkorde ziemlich in der tiefen Lage spielen. Vor allen Dingen die Dezimen sind immer noch relativ klar. Ein Dreiklang ist da schon viel zu dicht. Das würde nicht mehr funktionieren, der ist zu eng. Da braucht Platz, dieser Akkord. So, was sich hier auch anbietet, ist ein Voicing, was einen leichten Move hat, eine leichte Bewegung. Ich habe also meine, ich nenne es mal 1, 5, 9, 10. Also die erste Stufe, die 5, die Quinte, dann die 9, die Quinte drauf und die 10, die Dezime. Und ich denke jetzt das in 4 Achteln, 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich habe jetzt zwei Vorteile. Ich etabliere das Metrum. Ich etabliere die Ruhe, weil ich nämlich in der zweiten Hälfte gar nichts mehr habe. Und durch diese Synkope bleibt die 3 auch frei. Wenn ich die 3 spielen würde... Jetzt wird es klarer. Ich will hier aber diese Leichtigkeit haben. Und jetzt könnte ich dieses ganze Stück in dieser Art und Weise spielen. D-Dur, A-Dur... Hier spiele ich keine Terz, keine Dezime, weil Sus dort steht. Eigentlich brauche ich diesen Akkord. Deswegen weiche ich da dementsprechend aus. Aber ihr seht, es ist alles dabei, was ich brauche. Und ich könnte jetzt mit der rechten Hand die Melodie ganz einfach zart dazu spielen. Das passt auch sehr schön zusammen. Weil, wenn ich links die Achtel spiele, sollte ich rechts keine Melodie haben. Ich mache das Beispiel jetzt mal im Chorus. Und weil ich im Chorus schon sehr viel Achtel am Anfang habe, merkt ihr, dass das irgendwie ein bisschen clasht, weil die Linke und die Rechte haben, gleichzeitig zu spielen. Gleichzeitig spielen. Und das funktioniert nicht. Merkt ihr, das ist so ein bisschen blöd. Schöner ist es. Wenn immer nur eine Hand die Aktion hat, weil es für den Zuhörer leichter ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht, wenn beide gleichzeitig babbeln, versteht man gar nichts bei der Sache. Deswegen aufteilen, rhythmisch mit der linken Hand, wenn die Bewegung ist, nur wenn ich keine Melodie habe oder wenn ich frei improvisiere, eine freie Melodie-Variation spiele, kann ich dementsprechend ausweilen. Wenn ich im Chorus bin, würde ich deswegen die Akkorde in der linken Hand zusammen anschlagen. Schön wäre hier natürlich diese drei Töne. D, A und Fis. Für viele, auch für mich, ist die Dezime einfach hier zu groß. Deswegen versuche ich das mit der rechten Hand einfach mitzumachen. Merkt ihr, den Daumen übernehme ich hier. Und so fülle ich auf. Und jetzt gehe ich wieder in die in diese Achtel-Bewegung. Zum Thema Reharmonisation. Ich würde bei dem Stück jetzt nicht zu viel machen. Was mich persönlich aber etwas stört, ist der große Sprung im Vers von D-Dur nach A-Dur. Ich persönlich würde wahrscheinlich auf den Terz-Durchgang gehen, also D-Dur und jetzt A mit Terz, Cis im Bass. Dann ist der Sprung nicht ganz so groß wie wenn ich und es klingt auch ein bisschen trivial mit dem Grundton. Mit der Umkehrung klingt es ein bisschen softer, finde ich persönlich. Das wäre eine erste Änderung, die ich mir vorstellen könnte. Eine zweite Harmonie-Änderung könnte ich mir im Pre-Chorus vorstellen. Wir haben diesen schönen Wechsel von E-Moll. An dieser Stelle könnte man vor dem E-Moll noch eine Dominante einbauen. Das würde sich so anhören. Um eine gewisse Struktur noch hineinzubringen. Also auf der Zählzeit 4 könnte ich mir, wie gesagt, die Dominante, also H, mit Dis im Bass noch vorstellen als eine kleine Bewegung. Ansonsten würde ich an den Harmonien hier gar nichts verändern. Genug geredet. Ich werde jetzt euch einfach Heart of Worship mal so vorspielen, was mir spontan gerade einfällt. Viel Spaß. und wieder auf die Gäste. Und dann schütze ich mir mit. und das B-Chorus und dann Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020